hey hey moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen folge der farm life challenge von rainer und kohl und heute hat sich miss mystique überlegt dass sie die beiden in aktion mit den kindern einmal sehen möchte und deshalb sind wir heute auf einen toddlerspielplatz gefahren und wie ihr seht rainer geht gerade schon total in ihrer süßen rolle mit dieser süßen mausi auf bis 18 uhr haben sie heute zeit cool spielt hier auch gerade mit der kleinen süßen charlotte und ich bin sehr gespannt wie das halt weiter vorangeht ich brauche auf jeden fall bilder davon und es ist zauberhaft oder das ist einfach nur süß das ist einfach nur gut was will man denn sonst dazu sagen sollte vielleicht noch eben schnell für schöne fotos die headline effekt ausmachen und ich freue mich schon sehr auf diese wunderbare genuss folge hier ist es so zauberhaft oder jetzt sind natürlich viele zins hier mal schauen wie wir jetzt ein schönes bild hinbekommen aber aber ich glaube wir werden da schon was schönes zaubern mal gucken weil wir brauchen ja auch was fürs thumbnail jetzt das ist zauberhaft so ja und dann habe ich mir so überlegt dass die süßen ja einfach jetzt mal so ein bisschen hier heute mit den beiden süßen spielen können ich habe sie jetzt extra nicht den haushalt hinzugefügt weil ich jetzt einfach mal gucken will wie die beiden so von alleine mit denen umgehen film ansehen mit was könnten wir dann da gucken die heimkehr des verlorenen hundes das kannst du nur mit rainer gucken wir können nicht zusammen kanal wechseln wir sind ja in einer gruppe mal schauen kommen jetzt alle hierher kanal schauen dann gucken wir uns doch mal den kinder kanal an so und jetzt bin ich ja mal gespannt ob die zwei süßen auch kommen aber sieht nicht danach aus da ist jemand ein bisschen bisschen folge vollgemacht rainer das ist dann ja deine deine aufgabe waschen und dann kannst du mal waschen gehen und dann gucken wir doch mal wie das hier so funktionieren und wo willst du kleine mausie hin jetzt bin ich ja mal so gespannt also cool findet die kinder kanal schon mal sehr lustig und kannst du sie ein bisschen beobachten vielleicht ja jedoch mal ein kinderbuch lesen mit ihr wie schön dieser gedanke gerade ist und wie sieht es hier aus ach lille ist da auch praktisch wo ist denn jetzt die kleine super mausie wo ist denn da ist sie dann kannst du sie ja mal loben und dann kannst du mit ihr ja mal ein paar flash karten auch guck mal hier beruhigen und vielleicht kannst du ja dann schon mal mit ihr so ein paar und ein paar bedürfnisse ihr schon mal beibringen und wo ist kohl wolltest du nicht ein kinderbuch vorlesen seid ihr damit schon fertig kinderbuch lesen cool fernsehen ist nicht alles im leben guck mal da regt sich sogar schon robin auf so nun geh mal schnell zu ihr also ich werde ich jetzt mal eben bisschen beobachten hier ach da ist das buch und wo kommt die kleine mausie hin auch guck mal sie setzt sich hier daneben ach die zwei ne das ist auch einfach absolut passend ne ich liebe es also ich werde euch auf jeden fall am ende dieses wundervollen videos auch noch mal zeigen was hier heute so alles im einzelnen passiert ist wenn wir jetzt nicht alles festhalten können aber ich genieße es gerade unglaublich ja setzt du dich gar nicht dazu das ist ja traurig blöcke beibringen okay ja dann geht doch hier nochmal einen augenblick spielen meine süße aber du musst dich auf jeden fall auch gleich noch um charlotte kümmern also es soll hier ja ausgewachsen es soll ja kein kind bevor zu werden und ich habe ja euch den fuchs kommentar gefeiert auch wenn die beiden vielleicht jetzt nicht viel geld und platz haben sie haben viel liebe für die kinder übrig und es ist einfach passend und stimmig das ist jetzt nur die frage ob die lütte hier auch aufhört oder ob reina hier alleine spielen wird musst du jetzt hier warten ne mit puppen spielen dann hol dir doch mal charlotte dazu mal gucken ob charlotte auf dem weg ist ja guck mal sie kommt hier schon hingetapert und kohl du könntest dich jetzt einmal klein kind beim kettern helfen du könntest dich jetzt mal um eve kümmern ach du hast gerade was schönes zu essen gemacht aber das dürfen bestimmt die kinder nicht also es geht hier drunter und drüber wo ist denn die kleine schalte ist die nach hause gegangen charlotte ist so einfach nach hause gegangen die sagt sich so kein bock mehr das kinderbuch war blöd also gehe ich einfach nach hause rena dann ruf sie doch mal anders ich meine das ist natürlich jetzt alles andere als spektakulär aber ja könnt ihr jetzt alle mal bitte hier rausgehen danke die zuckerschnutte wieder zurück ich weiß es nicht aber es ist ja auch nach 18 uhr also charlotte scheint sich schon mal sehr an die regeln zu halten charlotte kopfbart wird gleich da sein ok aber die kitty scheint schon nach hause zu sein aber robin ist noch hier also ich weiß ja jetzt nicht wie lange die süßen noch mal brauchen aber ja ich glaube das war schon unser kleiner süßer ausflug heute zum 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 toddler park und ja ich kann jetzt schon mal freudenvoll verkünden dass der kohl zum befördert wurde und somit dürfen sie ja jetzt auch offiziell wieder umziehen und das würde ich jetzt ganz gerne noch einmal vorbereiten und dass wir dann noch mal für morgen die kinder zu uns nach hause einladen werden in unser brindleton bay house und ich bin sehr gespannt wie das verlaufen wird also bis gleich ihr süßen hey hey moin moin und herzlich willkommen zurück nach langer zeit habe ich mir gedacht wird es mal wieder tradition für dieses let's play ein verkaufstag zu machen denn bevor die kids kommen braucht rainer so ein bisschen beruhigung und ablenkung für sie dauert gerade jede minute zehn gefühlt und deshalb muss sie jetzt noch mal einen wunderherrlichen kleinen garten verkauf machen und ja hi ach cool du süß keks denn ich habe gedacht das haben wir schon wirklich lange nicht mehr gemacht und du könntest ja mal milli dich mal eben hier um milli kümmern und dich mal um die hühner glaube ich ein bisschen kümmern damit rainer hier jetzt in ruhe ihren garten verkauf machen kann möchtest du auch was kaufen oder möchtest du nur aus dekorationsgründen da stehen mhm 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 uh es wurde was verkauft können wir jetzt auch langsam mal ja 100% ist doch aber ein guter preis ach guckt mal hier na ach sieht ja fast aus wie rainy rainbow in als senioren könnte man das so sehen ach mit gesangseinlage noch hier aber so ein bisschen was so ein bisschen was scheint ja schon mal weg zu gehen hier rainer du sollst doch den stand bedienen das hast du immer noch nicht gelernt ach ich habe schon gedacht patchy will was kaufen ich habe schon gedacht der patchy will einfach ein bisschen was kaufen so rainer gibt gas also nur zwei teile hier verkauft zu haben ist ja nix na hier guck mal hier kommt mr dud und was kaufst du so ein bisschen was kaufen das wäre auf jeden fall schon mal wichtig aber guck mal aber sie sieht gar nicht so schlecht aus hier oh da geht ja richtig was weg hier heute das ist ja super wie lange geht denn unser herrlicher gartenverkauf noch guck mal vom frei was hier der wunderschöne leuchtturm oh herrlich so patchy kommst du auch was kaufen nee joffrey mila munsch oha coole haare girl aber am kat also nice oh robin willst du auch was kaufen oder möchtest du uns sagen es ist jetzt zeit für die kinder und damit wir den rahmen auf jeden fall nicht sprengen würde ich jetzt auch an dieser stelle schon den part beenden und wie es hier zu hause mit den kindern läuft das sehen wir uns in der nächsten folge an denn es soll sich ja auch real für euch anfühlen denn im real time wäre es ja auch so dass sich alles wie kaugummi zieht also meine lieben passt auf euch auf bleibt gesund und feier im herzen um 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 um